Hallo liebe Klasse, ihr guckt jetzt gleich Kokon. Ich freue mich sehr. Es ist ein wichtiger Film für mich. Ich finde, der ist besonders schön geworden. Es geht in vielen Bereichen um ein erstes Mal und er spielt in Berlin. Es geht um die erste Liebe, das erste Mal ausbrechen und die Fragen, die man sich stellt, wenn man jung ist. Deshalb jetzt euch ganz viel Spaß und bis bald. Tschüss.